Oh, mach dich bereit. Die Jagd beginnt. Wenn der losrennt, da denke ich mal, der spaziert irgendwie. Ja, genau. Ist bei dir auch so ein bisschen lila? Leuchten Sachen lila? Oder ist das Grafikfehler bei dir? Das kann Grafikfehler sein. Also lila sehe ich hier nix. Außer du als Mitspieler leuchtest so ein bisschen blau. Aber schnell aus dem Wasser raus, ey. Nicht, dass da wieder so ein komisches Vieh kommt. So, dann gucken wir mal hier rein, ne? Genau. Kann ich auch. Ah, hier ist noch eine Kiste. Munition. Oh, ich komme lieber hoch zu dir. Da unten hinter mir ist so ein blödes Vieh von Zombie. Ja. So. Oh. Alter. Oh. Eckart. Schnell weg. Alter, die hat es aber richtig zerledert. Ich hasse das ja, wenn die Zombies dann am Haus rumdümpeln. So. Die Frage, wo ist die? Wo ist das Geheimnis? Muss oben sein bei dir da irgendwo? Ich sehe es aber auch nicht. Hm. Ja, bei mir leuchtet alles blau jetzt und lila und so. Also, ich habe voll die Grafik. Vielleicht findest du es. Ach, das ist hier draußen. Das ist bestimmt hier. Warte mal, kann ich das hier öffnen? Ich glaube. Ja. Ich glaube, wir müssen hier nach draußen aufs Dach. Da ist es. Achso. Ja. Ja, aber ich komme da gar nicht. Ich bin doch schon geduckt. Gibt es noch mehr als ducken, kriechen oder so? Nee, ne? Achso, du bist schon draußen. Ja, ich werde voll beschossen. Die Gegner sind auch da. Oh. Und jetzt bin ich gleich toooot. Äh, wo bist du? Ich bin unten, aber äh. Achso, warte mal, ich komme auch mal darunter. Das ist halt wirklich nix, weil wenn ich E drücke, die Wände sind alle blau. Ich kann da nicht durchkommen. Oh. Ah, scheiße. Was denn, bist du tot? Nee, ne? Nee, nee. Warte, ich komme mal zu dir. Ja, hier irgendwo hat mich einer beschossen, der Asi. Okay, aber wenn sie, wahrscheinlich, weil sie schlau sind, sind sie dann so, dass sie sagen, äh, okay, ich gucke mir mal lieber, ähm, das hat ein anderes Secret an oder so. Also einen anderen Hinweis. Siehst du welche? Weil ich sehe halt, wie gesagt, keine. Ich sehe alles blau. Wenn ich E drücke. Warte mal. Hinweise, ja, hier hinten sind Hinweise. Oh, sehr gut, dann musst du uns jetzt führen. Ei, Alter, da war, ist doch eine komische, fette Raupe eben. Vorsicht. Ja, ich laufe schon. Schnell weg. Oh, nein, ich will doch nicht ins Wasser, aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Alter, ich hasse das, äh. Nach der Aktion vorhin, da, wo, wo, so, irgendein, so, wo geht's denn noch lang? Das ist, glaube ich, ein bisschen näher hier. Oh ja, das kann ich jetzt auch sehen. Kapelle der schwarzen Madonna. Ja, nachdem die vorhin irgendwie im Wasser mich da so platt gemacht haben, ist eine Vieh, hasse ich das, äh. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen hier links lang, ne? Ja, das ist, das, ach da, ja, genau. Vielleicht in diesem Haus? Könnte sein, ja. Es ist schwer zu lokalisieren, finde ich, also, man kann nicht genau einschätzen, ist es jetzt ganz weit weg, oder? Ja, das stimmt. Ist es doch nicht. Oder? Warte mal, vielleicht geht's ja... Ist es hier irgendwo? Ah, ich glaube, hier, die Richtung irgendwie. Ja, links, links ist ja auch noch eins von uns. Das linke ist näher dran, oder? Kann sein, warte mal. Ja, das linke ist näher dran. Das hier, ne? Mal gucken, ob hier nicht irgendein Gegner ist, oder so, aber... Oh ja, das ist ganz nah hier. Okay. Theoretisch brauchst du dich wahrscheinlich nur hinter irgendein Geheimnis verstecken und warten, bis die anderen kommen, oder so, ne? Ja, im Grunde schon, aber dadurch, dass es mehr gibt, weiß man ja nicht, ob die nicht andere finden, ne? Mhm, genau. Ja, es wäre ja auch langweilig, also, hier rumparken würde, oder so, ne? Das finde ich ja beim Eco-Shooter schon immer scheiße. Also, bei Modern Warfare, oder so, ne? Die Leute irgendwie sich in der Ecke verstecken. Hier ist es. Ah. Super, Karte aktualisiert. Hier hinten ist noch ne Box mit Munition. Ah, ich bin schon raus. Okay. Warte. So, ich komme hinterher. Da bin ich. Oh nein, es kommen wieder diese Fliegen. Alter, die haben es mir aber richtig... Die haben es mir aber richtig besorgt hier. Ja, ich setze mir mal eine Spritze. Ja. Den können wir lassen, oder? Und renn mal vorbei. Ja. Du hast recht. Oh, der läuft hier aber in der, ey. Oh. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, gut. Das ist vielleicht dann doch nicht so ne gute Idee, ne? Ich wusste auch gar nicht, dass der so flink ist. Der wirkt immer so plump. So. Oh, hier geht es auch scheiße aus. Das ist wie auch geil. Aber ich mache das mal ganz kurz auf. Boah, ist bestimmt gut. Kannst du dich erleichtern? Ja, da war Munition drin. Aber Schrotflinte. So. Es müsste ja vor uns sein, ne? Genau. Ich glaube, hier bestimmt in dem Gebäude. Oh, da sind ganz viele. Oh. Die haben es schon gefunden. Ah, die haben es schon gefunden? Scheiße. Dann müssen die ja hier in der Nähe sein. Ja, da lang. Da, wo es so fettblau leuchtet. Hm. Oh, nein. Nicht schon wieder. Oh. Ah, hier ist ein mieses Vieh im Hintergrund. Man kann es aber anschießen. Ich bin gleich hin. Oh, okay. Ja, diese scheiße. Die schwarze Vögel, ey. Haben mich platt gemacht. Mann. Gehen die mir auf den Pinsel? Ich weiß auch geil, was man da machen kann. Dass die, äh, einen nicht erwischen oder so. Das weiß ich auch nicht. Oh nein, jetzt. Wirst du im Feuer. Ach so, ja. Aber, äh, noch kannst... Ja, stimmt. Aber du kannst mich noch retten. Also, ich kann mich dann löschen. Ja, ich sehe das. Danke. So, ich drücke mal F. Geh da mal raus. So, komm, 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 komm. Jawohl. Ich bin gelöscht. So. So, ich glaube, wir müssten hier durch, ne? Ja. Kann man eigentlich Boote benutzen? Wahrscheinlich nicht. So. Ach, mit dem Verbandspack, das geht auch. Habe ich jetzt... Also, da kann man sich auch... Äh, es dauert zwar ein bisschen länger, aber kann man sich auch Energie zuschustern. Oh, das ist gut. So, äh, wo bist du denn jetzt? Warum sehe ich dich denn nicht? Ach. Nö. Warte mal. Äh. Wir müssen halt... Wo bist du denn hin? Ich bin hier unten im Wasser. Du kannst mich eigentlich immer mit der Ehe-Ansicht sehen. Ja, ich habe schon geguckt, aber... Wo, wo bist du? Ich sehe nur das große Ziel. Ach, rechts. Noch ein bisschen. Jetzt müssen Sie mich sehen. Noch ein bisschen rechts. Ach, da hinten. Ja, jetzt sehe ich dich. Alter, du bist aber ziemlich weit weg schon. Warte mal, dann komme ich natürlich mal... Ich laufe dir mal in der Böschung hinterher. Ich habe keinen Bock mehr auf diese komischen Viecher da. Ja. Aber ich denke mal, die sind halt gleich durch, ne? Bei 81% sind sie schon... Alter, warum sind die alle so flink, ey? Das gibt es ja gar nicht. Ja, das geht ab halt, ne? Ja. Ja, ziemlich flaches Wasser, das geht. Ja. Man kann die theoretische eigentlich nur noch stoppen dann, ne? Indem man auf die Balle hat oder so. Ich weiß es nicht. 94%, wobei das, als sie bei 100% waren, war es ja nicht vorbei, ne? Ne. Ich vermute mal, man hat noch die Möglichkeit, die dann platt zu machen. Hat eine Trophäe aufgenommen. So. Na ja, können wir ja da mal hingucken, ne? Ja, genau. Genau. Genau, geradeaus geht's, ne? Ja. Ja. So. Ich bin mal gespannt, ey. Nicht, dass sie uns hier irgendwie von rechts an die Seite laufen und dann wegballern. Ja, wahrscheinlich schon. Wir werden jetzt sowas von sterben. Alter, aber die sind echt lang... Also, richtig langsam, wenn man hier am Laufen ist, ne? Ja. Das bei Remmin ist das echt fixer. So. Oh, ich höre, äh, höre sie ballern irgendwie. Ja. Ich will nur mal kurz, bevor sie, äh, kommen, ich will mir noch einmal... Ah, ne, Verband geht gar nicht mehr. Das war's. Schlachthaus. Ja, das hört sich ja nett an. Oh, ich sehe einen. Ja? Ja, ich habe einen getroffen. Oh, das... Ist er abgehauen? Ja. Ja. Wahrscheinlich bin ich nicht gleich tot, ne. Boah, der ist schnell mit seinem... seiner komischen Trophäe. Auch da, ja, ne? Ja. Der abhaut, ja. Der Sack. Genau, wir müssen jetzt ja Trophäen hinterherlaufen, um ihn nicht zu stellen. Ja. Wahrscheinlich werden die Charaktere, wenn sie höher gelevelt sind, auch ein bisschen schneller. Ich weiß ja nicht. Ich sehe den Tüten wieder. Ja, ich habe ihn eben auch gesehen zum ersten Mal. Ah, da hinten läuft er. Ja. Der wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal verstecken, ja. Aber ich überlege gerade, ob ich jetzt hier den Baumstämme hochgehe. Du kannst da... Geht es hier überhaupt mal gucken? Wo ist er denn jetzt hier? Siehst du ihn? Ja, der ist irgendwie hier rüber gelatscht. Aber... Jetzt hat er mich erwischt. Und der hat schon so eine fette Sniper. Ich sehe... Wenn... Der ist Stufe 14. Alter, jetzt kam hier einer... Scheiße. Jetzt kam einer angelaufen, ey. Übel, übel, übel. Naja. Aber trotzdem schön, also. Und jetzt durch. Ich sage es noch... Das Sieg Handy glaube... in die KBeast. Aber heutekey?